Wir machen das Musikvideo für Pressure, wenn ich lebe, so heißt das, und wir wollen mal so ein bisschen hier produzieren, wie die Kinder auf dem Spielplatz spielen, weil ja Elli sozusagen sagt, wenn ich noch einmal lebe, mache ich vieles anders und da fängt hier alles am Spielplatz an, wir wollen mal sehen, wie es wird, mal gucken. Rieche, spüre, die macht das Kaffee. Rieche, spüre, die macht das. So, Musik ab! Der erste Abschnitt ist geschafft, die Kinder sind fertig, ich bin auch fertig, aber jetzt geht's ja eigentlich erst los mit der Arbeit, ne? Wirklich gefilmt. Ah! 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 Oh, wow! Ah! 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 www.selo.tv